Möhrchen meine bulligen Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Jetzt machen wir erst einmal eine neue Welt und dann geht es eigentlich los. Die Welt nenne ich jetzt einfach Mining Ball. So, überleben und normal, da brauchen wir nichts und erschaffen. Wie ihr seht, bin ich eher in einem Schneebiom gelandet, wo auch ein paar Dschungelholzbäume sind und die bauen wir jetzt einmal ab. Wir haben jetzt erstmal eine Trophäe verdient, die nennt sich Holzfällerei. So, ja, filmen wir noch an und ich glaube, ich mache mal eine Pause in den Berg oder sowas. So, ich mache mal ein Schattenberg. So, ich mache mal ein Schattenberg. Na ja, such mal ein Bär. Wenn wir Schafe finden, nehmen wir die gleich mit. Ein Schwein, das lassen wir da rein. Noch ein, ähm, noch eine Trophäe. Jetzt habe ich zwei gemacht. Jetzt haben wir wenigstens, ähm, eine Trophäe bekommen. Eigentlich wollte ich mein Schwert machen. War der nicht ganz scharf? Nehmen wir uns doch mal ein Essen mit mir. Du kleine Schaf. Was kriegst du denn? Da ist der Schaf. So, so viele Zufäen können wir hier. Ja, machen wir uns da gleich ein Haus ran. Da sind viele Schwäne. Nehmen wir uns alle mit. Diese Tipps. Nervt mich noch ein bisschen. Aber na ja. Ist halt die Playstation. Auf meinem Kanal wird es auch Bad Wars und andere Spielmodus geben. Und vielleicht, wenn ihr das wollt, Happy Wheels. Da weiß ich nicht, ob ich es halt machen soll. Aber wenn ihr das wollt, kann ich es auf meinen Kanal bringen. Kohle ist auch gut. Nehmen wir uns auch gleich mit und stopfen das Loch mit. Stern. Schon wieder einen. Und hoffe ja. Essen tue ich aber jetzt noch nicht. Ich werde das Essen wahrscheinlich noch braten. Sieht aber so aus, als müssen wir die Nacht leider verbringen. Und nicht schlafen gehen. Mist. Ich mache mir noch schnell eine lange Türe. Das Bier aus Dschungelholz. Da kriegen wir auch gleich dran. Die machen wir gleich da rein. Das können wir ja, nehmen wir mit. Auf dem Computer habe ich einen selbstgemachten Skin. aber hier lasse ich derweil einfach den Standard Skin. Ich mache mir jetzt einmal eine 3x3 Pause. und dann mache ich gleich da das und dann oben. Da brate ich jetzt einmal Fleisch. Ich suche noch ein bisschen Scharf. Aber Scharf sehe ich jetzt gar nicht. vielleicht ist es hier eine Wüste oder so. Nein, eine Wüste ist hier auch nicht. Aber irgendwo sind sicher Schafe. Naja, es ist Nachmittag, würde ich jetzt mal sagen. Da sind Schafe. dann können wir wohl doch in einem Bett schlafen. In der Nacht. Und müssen nicht die Nacht bei den Monstern abwachen. Das lasse ich aber jetzt leben. Und falls jemand von euch jemanden kennt, der Intros schneiden kann, dann würde ich gerne ein Intro bekommen wollen. Irgendwas mit dem mit dem Mining Bull Namen. Ja. Ich stelle jetzt einmal das Bett auf und dann werde ich mich wahrscheinlich schon in die Tiefe graben. Wenn ihr nicht das, also so ein Crafting wollt, sondern das Klassische, das könnte ich jetzt auch mal versuchen einzustellen. Da steht nämlich Klassisches Craften. Und dann crafte ich es so. Falls ihr das so wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Dabei lasse ich ja noch das noch malen. Oh, halt. Na? Habut. Habut. Habt. Ja, Habt. 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 in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes zum Beispiel in dieser Welt bauen oder für eine Maschine bauen soll. Und ich versuche die dann, wenn sie eine Racer-Maschine oder so wäre, wo man viel braucht, versuche ich sie halt kreativ zu machen. Aber wenn sowas ist wie, keine Ahnung, so eine Statue zum Beispiel, die man da hinstellt, aus Stein oder Cobblestone. Dann könnte ich das auch reinstellen. Ich mache jetzt einmal eine Steinspitze, was ich noch nicht kann. Ich mache zwei und jetzt lege ich mich ins Bett. Und weiter geht's. Ich versuche natürlich auf die Höhe 11 zu kommen und schnell Diamanten zu holen. Und ich sehe, gerade in fünf Minuten müssen wir wieder Schluss machen. Weil ich versuche jedes Video 15 Minuten lang zu machen. Zum Beispiel Bad Wars mache ich halt 15 Minuten, wenn es geht. Wenn es aber zum Beispiel eine Runde nur fünf Minuten ist, hänge ich halt eine zweite Runde dran. Ich glaube, dass dieses Video mehr als 15 Minuten dabei ist. Aber das macht ja nichts. So genau muss man sich ja nicht nähen. So... Ich gebe euch also. So. 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 Dann wird es halt vielleicht um drei Minuten länger dauern. Ich habe es nämlich jetzt nicht so genau genommen, aber vielleicht kommt es eh länger. In welcher Höhe bin ich? In Höhe 38. Da kann ich auch noch weiter runter. Und für all die Einsteiger in Minecraft Playstation 3. Bei jeder Welt bekommt man eine Karte. Und das x sind die Koordinaten. Zum Beispiel jetzt bin ich bei minus 304. Wenn ich jetzt runter gehe, bin ich 305. Und das y, das ist die Höhe. Jetzt bin ich 34, 33, 32. Das ist die Höhe, also die Tiefe. Und das z weiß ich jetzt nicht so genau. Wenn wir das weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Aber ich versuche jetzt noch mal was. Ja, das z ist links oder rechts. Muss ich auch noch nicht. Kohle, kann man auch mal mit drin, muss man aber nicht. Ich bin Höhe 20 und muss, oh. Eigentlich muss ich nicht drauf. Denn ich habe mir diese zweite gekratet. Und ich habe auch eine zweite Spitzhutte gekratet. Ich habe gerade erst angefangen. Manchmal bin ich auch so ein kleiner Schusselkopf. Und da ist viel Eisen auch noch wahrscheinlich. Wie viel Eisen ist das? Ich setze eine Fankel, vielleicht sieht hier nämlich nichts. Dass man es im Video besser sieht. So. Und wir haben 21 Eisen. So. 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 Und jetzt brauche ich mich halt noch kurz runter, weil ich sehe gerade die Folge ist eigentlich schon vorbei. Ich tu hier 15, 13, 12, 11 und wir haben gleich Redstone gefunden, das ist gut. Und damit möchte ich mich auch verabschieden. Tschüss!